Inmitten der bayerischen Wehrgedülle sind seit wenigen Tagen die Grenzen wieder geschlossen. Das ist Bernie, ein bayerischer Polizist, der zum Grenzdienst abgestellt wurde. Das mit den Grenzkontrollen. Der Leidtragende ist doch der stinknormale Tourist. Echt? Doch eines Tages passiert, womit wirklich niemand niemals nicht gerechnet hätte. Bitte kommen. Bleib stehen. You go back. Welcome to Bavaria. Eine filmische Satire über Bayern, Deutschland, Europa und den Rest der Welt. Naja, was wird sich mit der S-Teuer schon tun? Ich will sich da bloß wichtig machen. Schaffst halt ein bisschen. Wenn du was isst, dann möchtest du halt. Ja, alles klar. Auf und out. Vielen Dank.